Herzlich willkommen zur dritten Episode dieses Podcasts. In dieser Episode geht es darum, wie man den Winter hier in Deutschland überstehen kann. Also wie man es schaffen kann, gut durch den Winter zu kommen. Wir wollten diese Folge eigentlich vor ein paar Wochen aufnehmen, als es geschneit hat und die Tage sehr, sehr dunkel waren, aber haben das leider nicht geschafft. Wir hatten nicht die Zeit. Doch da es immer noch Winter ist, haben wir uns dazu entschieden, diese Folge heute aufzunehmen. Falls du in Deutschland lebst, weißt du bestimmt, dass es wirklich sehr kalt und auch sehr, sehr dunkel hier werden kann. Natürlich ist das in skandinavischen Ländern wie Schweden, Norwegen oder Finnland noch viel schlimmer, aber ich glaube, dass der deutsche Winter für viele Menschen schon schlimm genug ist. Viele unserer Freunde hier in Berlin freuen sich zum Beispiel gar nicht auf den Winter. Besonders diejenigen, die aus wärmeren Ländern kommen, möchten das Haus oft am liebsten gar nicht verlassen. Aus diesem Grund dachten wir, dass wir euch in dieser Podcast-Folge einmal ein paar Dinge vorstellen möchten, auf die ihr euch im Winter freuen könnt und die euch vielleicht ein bisschen von dem schlechten Wetter und den dunklen Tagen ablenken und die Winterzeit erträglicher machen. Wenn etwas erträglich ist, dann ist es zwar nicht besonders angenehm, aber man kann es aushalten. Es ist eine Situation, die man tolerieren kann. Und ich glaube, das Fest, welches für viele hier wenigstens den November und den Dezember erträglicher macht, ist wahrscheinlich Weihnachten und alles, was damit zu tun hat. Weihnachten ist generell auch ein wichtiger Teil der deutschen Kultur. Ihr wisst daher vielleicht auch, dass viele beliebte Weihnachtstraditionen ihren Ursprung in Deutschland haben. Das heißt, diese Traditionen kommen eigentlich aus Deutschland. Traditionen wie der Weihnachtsbaum oder das Zuckerstangen und Lebkuchen auf den Weihnachtsmärkten verkauft werden, aber auch der Adventskalender und die Idee der Weihnachtsmärkte selbst sind ursprünglich deutsche Traditionen. Und in Deutschland kann man gegen Mitte und Ende November schon die ersten Weihnachtsmärkte besuchen. Viele treffen sich dort mit ihren Freunden oder Arbeitskollegen und unterhalten sich dann bei warmem Essen, Alkohol und Bratäpfeln. An vielen Ständen wird Lebkuchen und Glühwein verkauft, meistens auch noch Weihnachtsbaumkugeln für den Weihnachtsbaum und andere Kleinigkeiten. Ein Weihnachtsmarkt, den ich besonders mag, ist der historische Weihnachtsmarkt hier in Berlin in dem Bezirk Friedrichshain. Das Besondere an dem Weihnachtsmarkt ist, dass er so gemacht ist wie ein Weihnachtsmarkt aus dem Mittelalter. Das Mittelalter war die Zeit zwischen der Antike und der Renaissance, also die Zeit mit Königen, Rittern, Prinzen und Prinzessinnen. Auf diesem Weihnachtsmarkt gibt es also zum Beispiel kein künstliches Licht, weil es das im Mittelalter auch nicht gab. Es gibt also zum Beispiel keine Lampen, die Strom oder Elektrizität verbrauchen, sondern es gibt Licht nur durch Fackeln, das heißt Feuer. Die Stände sind alle aus einfachem Holz gemacht und Kinder können dort Akrobaten und Feuerspuckern zuschauen und beim Bogenschießen und Axtwerfen mitmachen. Es gibt auf diesem Weihnachtsmarkt auch Essen und Desserts aus dem Mittelalter. Und eins unserer Lieblingsdesserts ist der Baumstriezel. Das ist eine Art Kuchen, der an einem Spieß, also an einer sehr langen Stange, über einem Feuer gebacken wird. Falls ihr also auf einem Weihnachtsmarkt einmal Baumstriezel sehen solltet, können wir euch das sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Falls ihr das noch nicht kennt. Abgesehen von deutschen Weihnachtsmärkten gibt es aber auch noch ein weiteres Fest, welches sehr interessant ist. Es kommt aber ein bisschen darauf an, wo genau ihr in Deutschland seid. Hier in Berlin ist dieses Fest nicht so verbreitet. Ich zumindest habe es hier noch nie gesehen. Aber falls ihr im Süden seid oder vielleicht sogar im Süden von Deutschland wohnt, dann kann es sein, dass ihr das schon einmal gesehen habt. Das Fest, von dem ich rede, heißt Krampuswanderung. Was ist ein Krampus? Der Krampus ist eine Figur, die im Süden von Deutschland und in Österreich sehr beliebt ist. Oder man könnte vielleicht sagen, sehr gefürchtet ist. Das ist eine furchterregende, dämonische Kreatur und sie sieht ein bisschen so aus wie eine Mischung aus Mensch und Ziege. Der Krampus hat eine lange, heraushängende Zunge und riesengroße Hörner. Und der Krampus hat die Aufgabe, kleine Kinder, die nicht artig waren, also Kinder, die böse waren, zu erschrecken und ist so etwas wie der böse Partner des Nikolaus. Bei einer Krampuswanderung verkleiden sich die Menschen als Krampus, gehen zusammen in Kostüme durch die Straßen und erschrecken die Zuschauer und jagen sie manchmal sogar. Ich selbst war aber noch nie auf einer Krampuswanderung, da ich nicht aus dem Süden von Deutschland komme, aber es klingt auf jeden Fall interessant. Wenn Weihnachten dann vorbei ist, kannst du dich eigentlich auch schon auf Silvester freuen. Silvester ist der letzte Tag im Jahr, an dem man feiert, dass das alte Jahr zu Ende ist und das neue Jahr beginnt. Es ist, glaube ich, sehr typisch, dass man zu Silvester überall auf der Welt Feuerwerke sieht. Und das ist auch ganz genauso in Deutschland. In bestimmten Teilen Deutschlands, wie zum Beispiel hier in Berlin, kann es aber ganz schön laut werden und auch ein bisschen gefährlich. Das liegt daran, dass es in Deutschland nicht nur ein großes, offizielles Feuerwerk gibt, sondern dass jeder eigentlich mitmachen kann und um Mitternacht durch die Straßen läuft und seine eigenen Raketen und Böller anzündet. Böller sind Feuerwerke, welche keine Raketen sind, sondern einfach nur einen lauten Knall machen. Wenn Silvester dann aber auch vorbei ist, beginnt meiner Meinung nach die eigentlich schwierigste Zeit des Jahres. Im Januar und Februar ist es eiskalt, aber du kannst dich nicht mehr auf Weihnachten freuen und der Frühling und Sommer sind noch weit weg. Das nächste Ereignis, worauf du dich dann vielleicht freuen kannst, ist die Walpurgisnacht oder die Hexennacht. Jedes Jahr am 30. April, vor allem im Norden Deutschlands, verkleiden sich die Menschen als Hexen, um gemeinsam an großen Lagerfeuern zu feiern. Früher glaubte man, dass sich die Hexen in dieser Nacht auf dem höchsten Gipfel des Brockens versammeln und zusammen feiern. Der Brocken ist ein Berg in Deutschland und ein Gipfel ist die höchste Spitze eines Berges. Und die großen Lagerfeuer, die man heute bei den Hexennächten sehen kann, die wurden früher, als man noch an Hexen glaubte, angezündet, um Hexen zu vertreiben. Also damit die Hexen für immer weggehen. Man wollte die Hexen vertreiben. Aber die Frage ist ja eigentlich, was ist mit den Tagen dazwischen? Also wie soll man den Januar und Februar überstehen? Dafür gibt es jetzt noch eine kleine Liste mit Tipps. Erstens, falls du in Deutschland bist und die Sauna magst oder ausprobieren möchtest, kannst du das in dieser Zeit sehr gut machen. Das ist vielleicht nicht etwas für jeden, weil in Deutschland alle komplett nackt in der Sauna sind, aber wenn du dich damit wohlfühlst, ist das eine gute Möglichkeit, im Winter allein oder mit Freunden zu entspannen. Als nächstes können wir auch empfehlen, im Winter die deutsche Küche ein bisschen zu entdecken. Ich mag deutsches Essen in der Winterzeit eigentlich sehr gerne. Du kannst zum Beispiel Rouladen mit Rotkohl essen, einen Rinderbraten mit Salzkartoffeln und Bier oder auch Käsespätzle mit Speck essen. Zu guter Letzt können wir euch auch empfehlen, den deutschen Winter einfach ein bisschen zu romantisieren. Macht es euch gemütlich und lest etwas, das zu der kalten Atmosphäre draußen passt. Du kannst zum Beispiel versuchen, deutsche Schauer-Romane zu lesen. Ein Schauer-Roman ist ein gruseliger Roman. Wir finden die Geschichten von dem Schriftsteller E.T.A. Hoffmann ganz gut. Wir können euch zum Beispiel Der Nussknacker empfehlen oder Der Sandmann. Die Geschichten sind nicht so einfach geschrieben wie zum Beispiel Harry Potter, aber wenn ihr nicht gut verstehen könnt, könntet ihr es einmal versuchen, so eine Geschichte zu lesen. Falls ihr das macht, schreibt uns eine E-Mail und sagt uns, wie schwierig ihr das fandet. Wir sind jetzt am Ende unserer Liste und am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn du die Kälte im Winter auch nicht so toll findest, hoffe ich, dass du jetzt ein bisschen besser gewappnet bist. Gewappnet sein bedeutet, dass man bereit für etwas ist. Wenn du dir zum Beispiel im Herbst ein paar Handschuhe und einen Schal verkaufst, kannst du sagen, ich bin jetzt gewappnet für die Kälte oder ich bin für den Winter gewappnet. Der Winter kann also kommen. Falls ihr aber noch andere Tipps für den Winter habt, würde uns das auch interessieren. Was macht ihr gerne, um den Winter zu überstehen? Oder mögt ihr die Kälte vielleicht sogar? Schreibt uns gerne eine E-Mail und falls ihr das auf YouTube hört, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dass ihr wisst, dass ihr den kompletten Text zu dieser Podcast-Folge auf unserer Webseite finden könnt. Falls ihr also das ein oder andere Wort nicht verstanden habt, könnt ihr das dort einfach nachschauen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen oder hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis bald.